Leute, nach meinem letzten Video habe ich nochmal gemerkt, dass der ganze Kryptomarkt oder viele Leute im Kryptomarkt gerade etwas verunsichert sind. Ich habe viele Telegram-Nachrichten auch bekommen, wo sich Leute wirklich komplett unsicher waren, ob sie jetzt vom Kurs erwarten können, dass er weiter hoch geht oder ob wir jetzt fallen. Denn es gibt momentan keine wirklich klaren Aussagen dazu von den meisten Leuten. Ich werde euch aber heute ganz klar wieder die Wahrscheinlichkeiten geben, wie wahrscheinlich ist es, dass wir von hier weiter nach oben gehen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir von hier nach unten fallen und aus diesen Wahrscheinlichkeiten ergibt sich dann natürlich auch eine logische Schlussfolgerung, ob man jetzt weitere Bitcoin nachkaufen sollte, wenn man das noch machen will oder ob es vielleicht an der Zeit ist, ein paar Profite zu nehmen und dann wieder mehr Bitcoin billiger nachzukaufen. Bevor wir uns die Charts, die ich vorbereitet habe für dieses Video, etwas genauer anschauen und damit natürlich auch einfach feststellen, ob wir wie gesagt jetzt weiter nach oben gehen oder ob wir jetzt erstmal wieder runter gehen. Bevor wir das machen, machen wir wie in jedem Video ein 50 Dollar Bitcoin Giveaway. Falls ihr an diesem 50 Dollar Bitcoin Giveaway teilnehmen wollt, abonniert auf jeden Fall mal diesen Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährungen verpasst und schreibt mir natürlich mal in den Kommentaren mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse in die Kommentare. Unter dem letzten Video haben wir es nicht geschafft, die 500 Daumen nach oben zu knacken, Leute. Let's go, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, vielleicht schaffen wir es ja wieder hier bei diesem Video, die 500 Daumen nach oben zu knacken, würde mich auf jeden Fall freuen und teilt das Video natürlich gerne mit euren Freunden, die sich vielleicht die Frage stellen, hey, ich würde gerne mal in Bitcoin investieren, soll ich das jetzt schon machen oder habe ich da noch Zeit, wie auch immer. Der Gewinner ist der Nientor, danke für dein Video, ich freue mich schon auf das Trading-Video. Auf jeden Fall auf das Trading-Video in der Telegram-Gruppe wahrscheinlich, was ich erwähnt hatte oder vielleicht auch auf das Tutorial, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es wird auf jeden Fall in nächster Zeit noch einiges zu dem Thema logischerweise kommen. In der Telegram-Gruppe kommt ja sowieso immer mal wieder regelmäßig, wenn es zumindest eine sehr gute Trade-Opportunity gibt, die sehr sicher ist, gibt es da ja dann ein Video in meiner Telegram-Gruppe zu. Die findet ihr by the way in der Videobeschreibung oder auch in der Kommentarsektion meiner Telegram-Gruppe. So, let's go, ich sende dir jetzt erstmal deine 50 Dollar in Bitcoin, ich hoffe natürlich, wie immer du machst was draus und jetzt reden wir gar nicht mehr lange drum rum, sondern schauen uns direkt mal den Chart etwas genauer an. Was ist jetzt in letzter Zeit passiert? Ihr wisst es ja schon aus meinen letzten Videos, darauf will ich gar nicht mehr so großartig in diesem Video drauf eingehen, nur für die Leute, die vielleicht jetzt neu dabei sind, ihr solltet auf jeden Fall abonnieren, aber ganz klare Sache, wir waren hier in diesem Rising Wedge, sind dann natürlich durch den Widerstand bei 10.000 bis 10.500 Dollar, da sind wir leider nicht durchgekommen, sind dann dementsprechend auch aus dem Rising Wedge nach unten ausgebrochen. Erstmal ein sehr bearischer Move, ihr wisst es ganz genau, normalerweise das Preisziel von einem Rising Wedge ist immer der Anfang vom Rising Wedge, das wäre in unserem Fall jetzt hier in etwa 8.200 Dollar, aber wie wir ganz klar wissen, vor allen Dingen bei Bitcoin liegt die Wahrscheinlichkeit, an sich ist es 50-50, ob wir dieses Target erreichen oder nicht. Das heißt, an sich kann man sich bei Rising Wedges wirklich, oder man kann sich nicht darauf verlassen, dass dieses Target erreicht wird, sagen wir es einfach mal so. Denn wir sehen jetzt auch gerade schon nach diesem kleinen Breakout und nach dieser Manipulation, in der, auf die ich ja gestern im Video eingegangen bin, sehen wir relativ schön, dass wir doch einen sehr, sehr starken Support hier bei den 9.340 bis 9.500 Dollar haben. Bis jetzt sind wir hier wirklich wunderbar gebounced und bauen tatsächlich gerade ein bisschen Momentum nach oben auf. Das heißt natürlich jetzt noch nicht, dass wir jetzt nach oben schießen werden, neue All-Time-Highs sehen werden in den nächsten Wochen, aber das bedeutet schon mal, oder es gibt noch ein paar weitere Punkte, die dafür sprechen, dass wir jetzt nicht viel weiter runterfallen werden. Und zwar haben wir natürlich ein bullisches Szenario, und zwar ist das das Golden Cross. Ja, das Golden Cross auf dem Daily Chart logischerweise. Was ist das Golden Cross? Das Golden Cross tritt dann ein, wenn der 50-Day Moving Average den 200-Day Moving Average von unten nach oben durchkreuzt. Bitcoin hat in der Vergangenheit sehr, sehr oft solche Golden Crosses gehabt. Hier zum Beispiel vor dem letzten Run-Up, was wir hatten, ein Golden Cross, wie wir hier ganz klar sehen können. Hier haben wir das Golden Cross gehabt. Ich kann auch noch mal ein bisschen näher heranzoomen. Zack, so, hier hatten wir das Golden Cross. Danach kam unsere richtig schöne, fette Rally. Ganz klare Geschichte. Nachdem wir sozusagen einen Death Cross wieder hatten, boom, größerer Dump. Aber ist ja auch egal, darüber brauchen wir jetzt ja gar nicht reden. Das tritt jetzt ja sowieso gerade nicht ein, sondern es tritt ja gerade ein Golden Cross ein. Golden Cross, ein sehr bullisches Szenario eigentlich, also ein sehr, sehr bullischer Moving Average Cross auf jeden Fall. Aber was wir auch im letzten Bullenmarkt gesehen haben, wir hatten hier logischerweise wieder das Golden Cross. Bam, dann ging es nur noch nach oben. Aber was wir davor hatten, sehen wir ganz klar, wir hatten auch hier bereits ein Golden Cross. Und was dann einfach mal passiert ist, der Kurs ist trotz des Golden Crosses noch einmal richtig hart nach unten gedampft. Das heißt, wir haben, obwohl wir einen Golden Cross gesehen haben, einfach mal nochmal vom Golden Cross, vom Zeitpunkt des Golden Crosses, haben wir einfach mal nochmal einen 30% Move nach unten gesehen. Oder sogar einen über 30% Move. Das heißt, ein Golden Cross garantiert nicht, dass wir jetzt von jetzt an nach oben gehen. Aber es ist tatsächlich oder es gibt uns an sich eine in etwa 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir vom Zeitpunkt des Golden Crosses nur noch nach oben gehen. Ja, wir haben es wirklich öfters schon gesehen. Hier wieder ein Golden Cross, weißt du, sind wir noch ganz bisschen runtergegangen, danach nur noch nach oben. Und was auch relativ schnell auffällt, dass nach diesen Golden Crosses, Leute, nach den Golden Crosses hält sich Bitcoin immer über dem 200 Day Moving Average. Das heißt, nach einem Golden Cross fallen wir in den meisten Fällen zumindest nicht mehr, in wie gesagt, an sich zwei Drittel der Fälle, deshalb auch 70% Wahrscheinlichkeit, fallen wir nicht mehr unter den 200 Day Moving Average. Und das sehen wir natürlich jetzt auch ganz klar, dass wir momentan schön über dem, das kann ich euch auch hier wieder zeigen, dass wir gerade schön hier in Gold eingezeichnet über dem 200 Day Moving Average sind. Und wir haben natürlich ein bisschen Luft nach unten, das heißt, wir haben Luft nach unten irgendwie auf 8.800 Dollar, aber ich glaube einfach, dass dadurch, dass jetzt hier wirklich der Moving Average natürlich auch, sobald wir jetzt hier ein bisschen vielleicht wieder nach oben korrigieren, der auch langsam wieder nach oben kriechen wird, denke ich, wird sich der 200 Day Moving Average in naher Zukunft tatsächlich mit unserem starken Support von 9.350 und 9.500 Dollar zusammenschließen. Und das wäre für mich wirklich ein extrem starker, starker Support. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da dann drunter brechen, ist extrem, extrem gering. Sollte natürlich das Szenario einbrechen, dass wir trotzdem unter 200 Day Moving Average, ja, plus unter, also der erste Schritt wäre jetzt erstmal für ein bearishes Szenario, dass wir unter die 9.350 bis 9.500 Dollar brechen, sollten wir dann auch noch unter den 200 Day Moving Average brechen. Das würde bedeuten, dass wir uns darauf vorbereiten können, wahrscheinlich eine weitere große Korrektur zu sehen. Das heißt, wir können stark davon dann sogar ausgehen, dass wir niedrigere Kurse als unser All-Time-Low, also was heißt unser All-Time-Low, aber dass wir niedrigere Kurse als in 2019 sehen werden. Das heißt, also jetzt nicht unter 3.000 Dollar, wie hier am Anfang logischerweise, sondern ich meine nach oder in unserer letzten Bärenphase, ja, dass wir niedrigere Kurse als in unserer letzten Bärenphase sehen. Das heißt, Kurse von unter 6.400 Dollar. Deshalb, Leute, was müssen wir jetzt im Auge behalten oder macht es Sinn, Bitcoin jetzt zu kaufen? Ich meiner Meinung nach auf jeden Fall, Leute. Wir sind immer noch bei einem sehr billigen Kurs insgesamt für Bitcoin. Ich verdiene ja auch Geld in Bitcoin durchs Trading und so weiter und so fort. Das heißt, ich persönlich habe mein Portfolio jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ihr wisst es ganz genau, ich bin jetzt im Kryptomarkt seit fast vier Jahren. Das heißt, ich brauche tatsächlich persönlich keine Bitcoin mehr nachkaufen. Mein Gesamtportfolio ist sehr, sehr gut im Profit und deshalb werde ich da jetzt nichts nachkaufen. Ich werde auch nichts auscashen. Dieses Portfolio habe ich mir über die letzten drei, vier Jahre aufgebaut und das bleibt auch noch für eine ganze Weile liegen. Für die Leute, die jetzt aber das Gefühl haben, sie haben noch nicht genügend Bitcoin oder noch nicht genügend Satoshi, wie viel man auch immer investiert, ist es natürlich ganz klar, jetzt, ich würde jetzt tatsächlich, sagen wir mal, ihr habt jetzt noch einen Haufen Geld, was ihr in Bitcoin investieren wollt. Ich würde jetzt in etwa 35% reinpacken. Jetzt, meiner Meinung nach, kann man nochmal mit einer sehr, sehr Entspanntheit jetzt nochmal 35% von dem Kapital, was man in Bitcoin investieren will, reinstecken. Wie gesagt, dann muss man natürlich schauen, wie verhält sich hier der Kurs. Hält hier der Support? Sollten wir über 10.500 Dollar kommen, ist das meiner Meinung nach ein Indikator dafür, dass man direkt nochmal 35% nachschießen kann. Aber da kann man dann sogar eigentlich alles hinterher schießen. Sollten wir hier den wichtigen Widerstand durchbrechen, sollten wir natürlich nach unten fallen, dann würde ich abwarten, würde im Raum von 7.000 bis 8.000 Dollar nochmal 30% nachschießen. Und dann im Raum zwischen 5.000 und 600 Dollar den gesamten Rest, den man investieren will. Das wäre jetzt meine Art oder das wäre jetzt, was ich machen würde. Ich würde jetzt gerade keine Bitcoin verkaufen. Ich würde auch keine Bitcoin verkaufen, wenn wir hier drunter fallen. Wie gesagt, es kann sein, wenn, wie gesagt, und da ist die Wahrscheinlichkeit momentan auf jeden Fall gering. 20 bis 30% ist da die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier, wie gesagt, diesen Support und den 200-Day-Moving Average als Support nicht halten können. Sollte das passieren, müssen wir uns halt einfach darauf einstellen, dass wir vom jetzigen Kurs nochmal eine gute 30% Korrektur oder vielleicht sogar eine 40% Korrektur hinlegen können. Aber, wie gesagt, es ist, wenn überhaupt, ein Grund, dann, wenn wir die Kurse nochmal korrigieren, nochmal billiger nachzukaufen, nochmal seinen durchschnittlichen Einstiegspunkt weiter nach unten zu drücken, dass man dann am Ende irgendwie einen durchschnittlichen Einstiegspunkt hat von, was weiß ich, 7.000 bis 8.000 Dollar bei Bitcoin. Je nachdem, wie lange ihr natürlich schon dabei seid. Wenn ihr auch schon seit 2017, 2016 wie ich dabei seid, dann werdet ihr euren Einstiegspunkt nur nach oben ziehen, wenn ihr jetzt noch weiter einsteigt. Oder es kommt natürlich immer darauf an, wollt ihr noch investieren oder nicht. Aber das würde ich machen, wenn ich noch investieren wollen würde. Wie gesagt, durchs Trading und so weiter und so fort habe ich natürlich auch, vermehre ich mein Portfolio natürlich auch. Das heißt, ich kriege immer mehr Bitcoins, ohne dass ich mein Fiat-Geld in den Markt reinschwemmen muss. Aber naja, ich würde sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst uns 500 Daumen nach oben knacken. Teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden, die sich gerade vielleicht am Überlegen sind, ob sie jetzt in Bitcoin investieren sollen oder nicht. Ansonsten, ganz klare Sache, abonnieren, Glocke aktivieren, schreibt mir einen Kommentar mit eurer Bitcoin-Adresse und eurer Meinung zu diesem Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, habt noch ein schönes Wochenende. Ansonsten sehen wir uns vielleicht noch in kleinen Videos in meiner Telegram-Gruppe, wenn es irgendwelche guten Trades gibt, die wir machen können. Bis dann, ciao, ciao.